Du bist auf der Suche nach den besten Geheimtipps in Island? Ich bin Henry von Arktische Abenteuer und präsentiere dir die Insider Reisetipps 2011 für Island. Entdecke mit uns die 10 besten Orte abseits der Touristenpfade. Platz 6 Gletscherzunge Gijökull Wir erinnern uns alle an den Vulkanausbruch am Eyjafjallajökull im letzten Jahr, welcher so gut wie alle Flughäfen in Europa Alarm gelegt hat. Dabei fand ein sogenannter Jökullöp statt. Solch ein geologisches Phänomen gab es hier an der Gletscherzunge Gijökull im Jahr 2010. Die sich unter dem Gletscher befindliche Lagune wurde dabei komplett zerstört. Zur Zeit bildet sich aber bereits wieder eine neue Lagune. Platz 6 ist geologisch höchst interessant und landschaftlich sehr schön. Ihr erreicht Gijökull über die F249, eine Schotterpiste, welche in das wildromantische Gletschertal Forsmerk führt. Ihr müsst wieder Flüsse durchqueren, daher benötigt ihr ein gut ausgerüstetes Alrak-Fahrzeug. Unsere Empfehlung ist es auch am Ende des Gletschertals zu zelten oder in einer der Hütten zu übernachten. Hab viel Spaß auf Island, sei vorsichtig und respektiere die Natur. Mehr Tipps und abenteuerliche Touren findest du auf arktischerabenteuer.de Abenteuer. Riesst Infinity Vielen Dank.